Dann muss man den Rahmen abnehmen. Hoi. Von hinten sieht man sich die Fontaine schön. Ja, das tut mir das, ja. Oh, was das denn? Hier zie je die. Hallo. Das muss ich noch bauen, oder? Das ist eine Friolenbouw. Hinten, komm! Deine erste Attaktion heute? Die erste! Viel Spaß! Lass uns das! Let's go! Ja, es ist ja auch lang in der Boden. Es geht ja um den Boden. Wir haben mich gelohnt. Wir haben noch ein paar Tage. Wir haben auch noch eine kleine Lüge. Wir haben auch eine kleine Lüge. Glauben wir uns das, wie wir uns sehr verletzen? Ja, ich bin ein bisschen zufrieden, Ja, ich bin ein bisschen zufrieden. . . . . . . . . Ja, 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 ja. Ich bin so ein bisschen. 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 Das war der Pratino. Nein. Das ist ja niemals. Dann war es. Ja.